Also ich denke, mit unserer mechanischen Exzellenz haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin überzeugt davon, dass wir unseren Abstand zum Wettbewerb vergrößern müssen, indem wir digitale Exzellenz zusätzlich anbringen. Die neue E-Service-Plattform bietet Zugang zu einer Menge relevanter Daten. Wir kombinieren das hier mit Analytics, unserem neuen Tool, bei dem wir auf Predictive Ansätze fahren können. Der Kunde hat eine sehr übersichtliche Transparenz über eine Menge an Daten, die aber genau auf seine Bedürfnisse gefiltert und herausgeschnitten sind. Und hier gewinnt er schlicht und einfach Produktivität. Und wir sind im Thema Predictive einen deutlichen Schritt weiter.